willkommen zurück zum freitags part 2 education exklusiv live bei ticmel wir wollen auch dass sie gut traden deswegen gibt es auch immer mal wieder ein paar edukative teile um ihnen hier die arbeit an den märkten ein bisschen näher zu bringen die dinge wie ich persönlich also meine sichtweise mike seidel die märkte liest an dieser stelle und hier die trading sessions sozusagen dazu nutzt auch die ein oder andere sag ich mal wissensstation mit rüber zu bringen das ganze heute mit dem thema go with the flow keep it simple stupid das heißt lauft mit dem trend mit und haltet das trading so einfach wie möglich das ist das rezept wie es am besten funktioniert wie auch überall im leben die einfachsten dinge sind meistens die die am besten funktionieren alles andere ist halt kompliziert und bedingt extrem viele voraussetzungen heißt also an dieser stelle wir schauen jetzt hier direkt hinein in die charts beziehungsweise in die lesweise des ganzen und das ganze zuvor allerdings versehen mit dem risikohinweis der ist auch hier an dieser stelle wieder in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfd der kann nämlich zu verlusten führen gerade auch dann wenn man das ganze auf margin macht worüber sprechen wir hier das heißt go with the flow was wollen wir im trading wir wollen im trading einfach geld verdienen das heißt profite sind das ziel im trading der einstieg in einen trade ist ja prinzipiell überall möglich heißt an dieser stelle eigentlich brauche ich ja nur eine order eine kauf order oder eine verkauf order in den markt zu legen auf den knopf zu drücken ich werde gefüllt ping ist und schon trade ich schon bin ich trader ja das ist so simpel das ist genial die frage ist nur macht man damit gewinnen oder verliert man geld ja also nur weil man tradet an den märkten handelt heißt das ja noch lange nicht dass man geld verdient dazu braucht schon ein bisschen mehr aber generell kann man sagen man kann überall einsteigen heutzutage ist es für uns private trader auch möglich in alle richtungen zu traden das heißt von steigenden und fallenden notierung zu sag ich mal profitieren ist ja alles gut und schön gut und gerne möglich das können wir machen und wenn wir geld verdienen wollen sollten wir das auch nutzen das heißt wenn wir traden haben wir das ziel geld zu verdienen ja die gute chance in jeder situation einstiege zu finden vielleicht nicht an einem markt nur also in einem währungspaar beispielsweise wir können ja viele währungspaare anschauen und uns dort regelmäßig trades finden so wie ich das hier an dieser stelle auch jeden morgen in den morning briefings machen und wir können auch in jede trading richtung gehen aber eine sache ist dabei noch sehr sehr wichtig das risikomanagement das brauchen wir um wenn es mal gegen uns läuft entsprechend abgesichert zu sein weil das risiko ist das einzige was wir im traden halbwegs unter kontrolle haben können wenn wir es richtig anstellen heißt also an dieser stelle wenn wir traden dann macht sich das ganz gut wenn wir nach der keep it simple stupid systematik arbeiten heißt das trading einfach und unkompliziert gestalten das ganze mit nur wenigen regeln wichtiger an dieser stelle deswegen auch die überschrift heute go with the flow immer die trendrichtung bevorzugen das ist viel einfacher als gegen den trend zu traden weil einfach dass der fluss ist wer schon mal in einem fluss geschwommen ist der wird das wissen mit flussrichtung zu fließen ist leicht gegen den strom zu schwimmen braucht einfach viel viel mehr kraft und irgendwann ist man erschöpft und man treibt dann irgendwann mit dem haupttrend mit und genauso ist es auch im trading wer permanent gegen den trend unterwegs ist der kommt halt auch permanent in situation dass der trend einen einfach umreißt und dann in die gegenrichtung laufen lässt das ist schlecht fürs trading viel viel entspannter ist es doch wenn wir immer wieder trades finden die uns in die lage versetzen mit dem aktuellen trend das heißt mit dem aktuellen flow zu traden das heißt hier an dieser stelle sei gesagt die perfektion in der trend erkennung ist sehr sehr wichtig warum wir können hier sehr schnell dann erkennen wo wir im trading wo wir im chart gerade verortet sind ja und wir können in den charts sehr sehr wichtige wegpunkte für die sag ich mal planung unseres trades suchen das heißt ich gehe mal kurz zwischenzeitlich in einen chart wir machen das ganze dann auch noch mal praktisch wenn wir uns das ganze mal anschauen von mir aus hier innerhalb dieses charts den wir gerade haben euro austral dollar spielt ja keine rolle ich habe ja gesagt der markt ist eigentlich relativ egal dann können wir halt konstatieren das bild was wir gerade sehen ja und wir sehen hier in diesem bild beispielsweise gerade dass dieser aufwärtstrend hier ich zeichne das mal ganz kurz ein also hier das ist dieser aufwärtstrend hier nach oben die erste bewegung korrektur wieder eine bewegung da sehen wir halt dass hier unten das trend tief gewesen ist und was wir auch sehen ist dass es hier nach unten ging und rein technisch etwas unter dieses low gelaufen ist das heißt an dieser stelle sehen wir halt obala jetzt ist ja hier mit dem alten trend irgendwas nicht mehr in ordnung was sollte ich denn da machen sollte ich jetzt noch long investieren oder eher die short richtung bevorzugen das sind fragen die muss man sich als händler beantworten daraus die richtigen dinge nachvollziehen für seinen eigenen trade und das ganze können wir lesen und zwar wenn wir uns das ganze mal anschauen wie die charts verlaufen es passiert immer wieder das gleiche die händler machen immer wieder das gleiche immer wieder an anderen stellen das heißt an anderen an anderen märkten aber wir haben ja die möglichkeit genau nach den situationen zu suchen wie wir es haben wollen ja und wenn wir dann diese charts betrachten finden wir den trend wir finden die wichtigen stellen und wir analysieren sozusagen innerhalb des trends im chart verlauf die wichtigen zonen und das ist auch genau das worauf die meisten handelssysteme auf dieser trading welt basieren die meisten handelssysteme basieren auf trends das ist im scalping ein bisschen anders aber immer dann wenn es darum geht auch mal etwas mehr als skype zu machen geht viel auf trends zurück und deswegen ist es halt zu entspannt wenn man sich mit den trends beschäftigt und immer dann sozusagen agiert wenn wir einen trend haben das kann man auf unterschiedlichen zeitebenen regeln das würde für dies heutige kleine sage ich mal edukations webinar hier zu weit gehen solche sachen mache ich dann in den seminaren die ich auch regelmäßig gebe das geht zu tief in die planung aber wir haben ja hier die chancen sozusagen die großen trends zu erkennen wir haben aber auch die möglichkeit die untergeordneten trends zum trading zu nutzen und wenn ein trend weit genug gelaufen ist das zeige ich mal ganz kurz einfach grafisch bevor wir wieder in die charts zurückgehen was ich damit meine wenn wir hier sozusagen eine situation haben ich hole mal kurz das grafikprogramm rüber dass wir einen weit gelaufenen trend haben ja das heißt dass wir hier beispielsweise einen aufwärtstrend haben der extrem weit in seiner bewegung steht dann haben wir eine sehr sehr gute wahrscheinlichkeit dass wir hier in diesem bereich untergeordnet einen trend sehen der hier nach oben läuft diejenigen die mir jeden morgen zuschauen werden wissen was ich damit meine und da haben wir natürlich auch die chance zu sagen okay wir haben jetzt hier eine sehr sehr weit weit gelaufene bewegung und wenn wir tatsächlich in die situation kommen dass wir eine tiefere korrektur sehen dann sehen wir hier den bruch ja und dann können wir doch mit diesem laufenden abwärtstrend die gegenbewegung und stückweit treten wohlwissend wir handeln gegen diesen großen trend aber im kurzfristigen trading können wir doch diese kleinen sachen nutzen um zu traden das bedingt dann natürlich immer das passende risiko und money management aber die chancen die sind ja da und die sollten wir einfach nutzen und das lesen wir einfach aus den dingen die wir im chart sehen und wie können wir das ganze für das trading auch gut umsetzen wir gucken einfach wir halten ausschau mit ganz ganz einfachen hilfsmittel das heißt einfache hilfsmittel was ist das da muss man nicht programmieren sondern einfach malen macht zahlen sozusagen das heißt hier trendlinien oder trendkanäle die können wir sehr sehr schön dazu nutzen ja wir können hier unterstützungen in den chartleveln suchen und dann mal einfach überlegen warum heißt denn das wort unterstützung was passiert denn bei einer unterstützung das ist ja nichts anderes wie im echten leben wenn sie von einem freund ihrer partnerin oder ihrem partner eine unterstützung bekommen was bekommen sie denn da hilft ihnen jemanden etwas zu verwirklichen etwas leichter zu machen etwas in die richtige richtung zu bewegen und so ist es auch im trading im trading ist es genauso an einer unterstützung passiert es recht häufig dass plötzlich viele händler an dieser stelle wieder mit orders aktiv werden die den trend zur fortsetzung bringen das heißt die unterstützen die fortsetzung des trends die helfen uns und wenn wir sehen dass an so einer unterstützung wie der kaufinteresse im falle eines longs an aufkommt dann haben wir hier eine chance die long richtung zu bespielen das heißt bei einer unterstützung kommt der kurs von oben nach unten das ist das eine das zweite was wir rausfiltern können sind sogenannte widerstandszonen ja widerstand genau das gleiche wenn irgendwer nicht will im echten leben dass sie was nicht machen dann wird er alles versuchen und sie davon abzuhalten also er bietet widerstand weil wenn sie den widerstand nicht durchbrechen können dann lassen sie es irgendwann sein und gut ist was passiert an den märkten an den märkten lassen es die käufer dann irgendwann sein wer übernimmt dann die oberhand die verkäufer was passiert die kurse fallen das ist keep it simple ja das sind einfache dinge die jeder mit ein bisschen übung und ohne teure programmierkenntnisse oder chat software wo man teure dinge programmieren lassen kann damit arbeiten kann keep it simple so läuft das heißt hier an dieser stelle wenn wir an diesen dingen die richtigen schritte machen dann können wir unsere trade suchen und die richtigen set ups traden das heißt wenn wir uns trendkanäle anschauen und der trendkanal wird gebrochen können wir darauf die idee kommen moment mal könnte es jetzt vielleicht zum trend ende kommen gegen das trend trading super klasse entsteht ein neuer trend haben wir eine neue richtung hervorragend nutzen an unterstützungen interessante kaufzonen identifizieren das gleiche an widerständen widerstände sind einfach marker im chart wo wir verkaufszonen haben wieso sollen wir da nicht rangehen wenn wir laufende trades haben können wir da gewinnmitnahmen machen wenn wir nach trade opportunities schauen können wir schauen dreht der markt tatsächlich rum dann können wir nach unten schritten wir machen das ganze gleich mal praktisch in den entsprechenden charts das können wir suchen das heißt an dieser stelle wenn wir uns jetzt mal den markt mit hernehmen dann kann man ja an dieser stelle gut und gerne gewisse sag ich mal handels entscheidungen treffen etwas wie das gehen kann hier beispielsweise im euro austral dollar das hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen hier mit dieser umkehr kerze hatten wir den trend beziehungsweise den trade die handels idee tatsächlich auch miteinander besprochen und lassen sie uns das doch an dieser stelle mal ganz kurz beleuchten mit dem thema trend kanal ja ich hatte ja schon gesagt dass was jetzt hier beispielsweise gewesen ist dass dieser aufwärts trend den wir hier eingezeichnet haben den ich grün markiert hatte der ist hier aus rein technischer sicht unterschritten worden das heißt dieser trend ist gebrochen das alte trend tief lag sozusagen hier das neue trend tief lag da etwas tiefer hier in diesem bereich das heißt aus rein technischer natur ist der markt unter dieses tief gefallen und hat sich damit wieder in die richtung nach oben bewegt ich passe das mal ganz kurz an dass das ein bisschen grafisch schöner ausschaut hier an dieser stelle so hier haben wir das low bleibt star jawohl und da sehen wir auch sehr sehr schön dass der markt hier drunter gelaufen ist das suchen wir jetzt gleich mal ran und da sehen wir halt an dieser stelle mal die möglichkeit wie man mit einem trend kanal relativ gut arbeiten kann und dann auch so eine umkehr mit sehen kann das heißt an dieser stelle schauen wir uns das mal an ich mache das ganz kurz mal etwas größer hier das schiebe ich zur seite wir brauchen das nicht so wenn wir uns das ganze jetzt mal anschauen und beispielsweise hier mal sehen im größeren bereich hier mal die tiefs miteinander verbinden dann haben wir ja hier sozusagen den trend der hier so schön nach oben gelaufen ist so nehmen wir mal den letzten schub hier so diese richtung sozusagen das war sozusagen die unterseite wenn wir die tiefs mal miteinander stück für stück verbinden die hier gewesen sind das war eine trendlinie von der unterseite und hier haben wir gesehen das ganze wurde gebrochen soll wenn wir uns dieses diesen sachverhalt einfach mal in der kleineren seite anschauen dann haben wir hier auf der gegenseite natürlich hier jetzt im kleinen untergeordneten auch wieder einen abwärts trendigen markt ich mache das ganze mal ganz kurz in einer anderen farbe das mache ich mal rot dass wir das gleich sehen können wenn wir uns das ganze in der untergeordneten zeiteinheit mal anschauen das heißt hier haben wir die situation dass der große trend hier gebrochen wurde hier sind wir unter diese trendlinie drunter gefallen mittlerweile ja auch unter das trend tief das heißt wer das ganze hier mal in den kleineren zeiteinheiten sich anschaut beispielsweise in der stunde oder sehr gerne auch im vier stunden chart also hauptsache es ist eine untergeordnete zeiteinheit da sieht man ja was hier passiert ich suche das mal ganz kurz rein ist auch im vier stunden chart kann man das ganze ja auch gut und gerne erkennen schaut euch das mal an wir sind also quasi hier mit einem abwärtstrend nach unten durchgelaufen hat sich in den vier stunden der abwärtstrend gebildet sehen wir sehr sehr schön hier ich skizziere den mal ganz kurz also hier war der erste schub nach unten dann gab es eine gegenbewegung und mit dieser nächsten bewegung in richtung der initialen sache sind wir dann nach unten durchgelaufen so das ist das eine das zweite was man hier an dieser stelle sehen kann ist halt dass dieser bewegungstrend hier in den vier stunden ist sehr gut auch zu sehen was hier auf tagesbasis passiert ist das sieht man hier den bewegungstrend und der bewegungstrend ist halt hier gebrochen worden also wir sehen schon der markt wollte hier tatsächlich auch rumdrehen ja und was wir dann sehen können ist dass halt dieser ausbruch sich nach unten weiter fortgesetzt hat so das was wir hier jetzt als nächstes sehen ist also dieser trendkanal der nach unten läuft und hier haben wir es auch gesehen wer das ganze im kleinen bild nutzt auch dieser trendkanal ist gebrochen worden durch einen aufwärtstrend der hat jetzt den schub nach oben gemacht und das war quasi die korrektive phase des ganzen hier in diesem bereich und wer sich das ganze mal anschaut hier im stundenchart sieht man auch schön diesen abwärts laufenden trend der sieht halt an dieser stelle hier ich zeichne es mal ganz kurz ein dass der ausbruch den wir hier aus diesem untergeordneten trendkanal gehabt haben hier an dieser stelle rausgegangen ist hier hat man das tief das letzte korrektur tief in diesem trendigen markt nach oben und was ist dann geschehen dann haben wir hier bewegung gehabt das war der bruch das war das achtungszeichen das war die chartbesprechung die wir hier gemacht haben und was ist dann passiert dann kommt natürlich die sache das ganze hier zu planen heißt also wir laufen hier einfach nach oben und warten auf die abwärtstrend bildung und die abwärtstrend bildung ist jetzt gekommen und den markt schiebt schön nach unten und der abwärtstrend der setzt sich stück für stück fort das ganze dann hier nach unten hin zu sehen in richtung der tiefs und das sind doch interessante marke die wir hier sehen können und das haben wir gleich hier oben gesehen das heißt im tageschart haben wir die umkehr gesehen hier das hier war das umkehrsignal im tageschart eine abverkaufskerze in richtung dieser übergeordneten laufenden kleineren situation also jetzt kleineren sinne damit man diesen abwärtstrend kanal aber wir haben ja hier den abwärtstrend schon da und damit war das die bestätigung und jetzt müssen wir einfach mal schauen wenn wir hier oben sowas sehen dann sehen wir ja auch im tageschart wo ein mögliches zwischen support level ist und das haben wir hier gehabt in diesem bereich und das zweite kommt dann natürlich unten hier im bereich der trend das heißt von der reinen trade planung können wir einfach sagen okay aufwärtstrend den wir hier gehabt haben da sind wir unter die linie gelaufen die ist rausgebrochen worden jetzt hat sich hier ein gegentrend gebildet der ist dann richtungsführend und jetzt das ganze nach unten zu traden heißt halt wenn sich dieser trend nach unten fortsetzt und tatsächlich hier nicht nur diesen großen grünen trend rausgebrochen hat sondern ein gegentrend auch auf tagesbasis bildet dann haben wir doch ganz gute karten heißt also wenn das passiert laufen wir mal auf alle fälle hier unten drunter durch heißt für die trade planung an sich initial wenn wir uns das ganze noch mal auf der stunde eben kurz anschauen wollen initial das ganze zu sehen trade eröffnung mit moment ich muss mal kurz diese linie wieder hier rüber ziehen trade eröffnung sozusagen mit entstehung des entsprechenden abwärtstrends den wir hier schön sehen können und dann müssen wir einfach auch fragen wer kommt denn nach uns mit ins spiel und dann sehen wir halt wo wichtige marker sind und das ist hier dieser bereich hier oben an dieser stelle als zwischenpunkt dann haben wir hier ein korrektur tief bereich um die 1 60 knapp 5 und dann haben wir hier unten schon das low da haben wir einige marker und das ganze können wir einfach raussuchen indem wir hier den markt beobachten und die entsprechenden sag ich mal trend verläufe trend kanäle auch mit raussuchen das ganze geht natürlich auch an den sogenannten unterstützungen und widerständen wenn man das hier in diesem bereich mal sieht wir gehen mal wo gehen wir mal hin ich gucke mal kurz nach einem chart den wir uns hier mal anschauen ja genau hier sehen wir was schönes im s&p 500 beispielsweise da sehen wir sehr schön unterstützungen und widerstände ich ziehe das mal ganz kurz rüber hier an dieser stelle also als der markt beispielsweise hier diesen großen einbruch gehabt hat dann konnte man halt sagen okay hier unten gab es um die marke von 2700 punkten einen unterstützungsbereich hier drüben das war also das trend tief hier was wir drüben in diesem starken aufwärtstrend gehabt hatten und das war halt von der reinen sag ich mal lesbarkeit so konnte man sehen hier unten ist ein sag ich mal unterstützungsbereich als wir hier oben in diesen abwärtstrend gelaufen sind konnten wir diesen bereich sehen wir wissen natürlich nie ob wir an so einer unterstützung tatsächlich auch die gegenseite bedient bekommen ja aber die chancen sind ja da und hier an dieser stelle sehen wir mal wie gut die unterstützung auch gehalten hat ja der markt ist hier drauf gegangen und dann komplett nach oben gelaufen bis wohin ist er gelaufen das konnten wir auch im vorfeld schon mal so ein bisschen identifizieren wo möglicherweise zwischenzeitlich eine haltestation kommen wird und hier paar excellence wir sind hier oben mit der bewegung drüber gelaufen über dieses korrektur hoch ja das war ja das trend hoch das korrektur hoch in diesem abwärtstrend knapp an die 2900 punkte markt herum und das ist halt ein widerstand gewesen und wir sehen an dieser stelle hier ist der markt abgeprallt und hier ist er nicht gleich drüber gelaufen sondern er hat erst mal so ein bisschen verharrt in diesem widerstand das hätte zum abprall führen können dass man wieder weiter nach unten laufen oder aber auch genau das gleiche spiel dass wir uns drüber stabilisieren es war eine widerstandszone und als der markt diese widerstandszone überbrochen hat ja hat sich gleich ein gegentrend gebildet also ein schöner aufwärtstrend und der für uns jetzt hier stück für stück nach oben also so wirkt sozusagen eine unterstützung und wie ein widerstand wirkt das können wir uns auch mal anschauen indem wir das bild hier vom s&p 500 einfach mal noch ein kleines bisschen kleiner zoomen das sehen wir nämlich indem wir mal hier in den markt reinschauen schaut mal und das hier war das alte allzeithoch hier an dieser stelle da sind die kurse nicht drüber gelaufen und die haben was auch gehabt der markt ist hier massiv nach oben geschaut oder geschoben und was ist passiert diesen bereich konnten wir im vorfeld schon rausfiltern und hier oben sehen wir es der markt ist erst mal rein gelaufen hat noch mal kurz ein neues hoch gemacht und ist danach sozusagen komplett am widerstand gescheitert er wurde komplett abverkauft und hier gab es dann eine massive abwärtsbewegung wir sind hier von knapp 2960 punkten auf 2728 im tief gefallen das ist schon eine menge holz wo es dann nach unten geht und das ist einfach mal ein zeichen dafür dass solche sage ich mal levels auch immer wieder starke markt beachtung findet und wir müssen sie nur raussuchen diese zonen und uns dann hier entsprechend positionieren unsere setups entsprechend gestalten und dann genau das machen was der markt uns an dieser stelle sagt so einfach kann es sein das heißt schauen wir uns das ganze noch mal kurz in der zusammenfassung an fazit zu diesem thema go with the flow den trend sozusagen im rücken und im halb des trendflusses oder des flusses der gelder wichtige marke raussuchen heißt also was brauchen wir nummer eins wir müssen natürlich die charts richtig lesen und dann nur die handlungsweisen der händler an diesen zonen antizipieren das ist es die strategie einfach halten ein gutes funktionierendes risiko money management haben und das führt dann dazu dass wir im handel profitabel agieren können das zum thema aus den trends heraus die richtigen marker finden mit widerständen unterstützung trendlinien und kanälen gut ja sag ich mal positionierungen identifizieren das funktioniert immer wieder wir sehen es jeden morgen in unseren mornings briefings hier bei tickmill deutsch auf der facebook seite oder auch in go to webinar danke für die zeit an dieser stelle allen es ist freitag einen guten start ins wochenende und bis montag 8.30 an gleicher stelle mit den nächsten handelsbesprechungen tschüss und gute trades zum wochenausklang